Das ist ja eigentlich ein Träger. Das ist ja auch ein Träger. War nie ein Träger. Ja und der Träger hat es noch für mich. Dreht es noch gut, oder? Lass uns das mal lieben. Ja, hör einfach. Hat so scheiß Butter, weil ich jetzt neigkomme, der Händvoll, der Winsel. Und krieg ich so rein und dann würde mich schweicht der Händvoll, so ungefähr etwas. Und vor mir geht es genau so, wie es an dem Träger kommt. Aber ich kann nicht reiffen, dass ich nicht auseinne backdrop hat. Der Schritt! Vielen Dank.